Moin Leute, herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art, denn ich bin ja eigentlich nicht so der Handy-Games-Spieler auf meinem YouTube-Kanal. Allerdings habe ich aktuell ein ganz, ganz großes Problem und zwar ist mein Internet weg. Ich habe zwar noch Internet auf dem Handy, kann auch so ein bisschen mir einen kleinen Hotspot für meinen PC machen, aber das funktioniert hinten und vorne nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt im Grunde genommen nur noch Handy auf dem... äh... ...Internet auf dem Handy habe, dann daddel ich einfach mal ein paar Handy-Games, die ich schon immer mal spielen wollte, es aber nie wirklich gemacht habe. Und den Start macht Subway-Surfers. Falls ihr noch weitere Vorschläge habt, falls ihr Bock habt auf weitere Videos, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich möchte auf jeden Fall nochmal Clash of Clans, glaube ich, spielen. Brawl Stars. Vielleicht nochmal eine Runde Roblox. Das Ding ist auch, ich muss ein bisschen vorproduzieren, weil ich in den nächsten Tagen ein paar Architekten-Termine habe. Kurz zur Info, ich bin aktuell dabei, ein Haus zu bauen. Da rede ich auch in dem Podcast zusammen mit German Let's Play drüber. Nennt sich Kott-Bruder. Schaut da gerne mal vorbei. Da habe ich so ein bisschen auch darüber geredet, welche Toilette ich mir kaufe. Und Mengi hat dann gesagt, dass meine Toilette kacke ist. So, jetzt halte ich aber mal den Mund, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich gehe jetzt mal hier auf Sp... Oh, oh, jetzt... Ah, das geht schon los? Äh... Springen? Oh. Hä? Wie springe ich denn? Achso, ich muss nach oben wischen. Ah. Jetzt nach unten. Ey, ich habe das Spiel nie gespielt. Ich weiß nur, super viele von euch haben mir das immer empfohlen, dass ich das auf jeden Fall mal spiele. Und ich weiß, es wird jetzt auch wahrscheinlich, wenn ich dann Brawl Stars oder so spiele, kommt ein bisschen Hate auf, weil einige das Spiel irgendwie nicht geil finden. Lasst super gerne einen Like da. Äh, das würde mir auf jeden Fall helfen. Zack. Weil jeder Like, ähm, empfiehlt das Video sozusagen auch so ein bisschen weiter. So, bis da, du läufst ganz gut. Zack, Alter, drunter durch. Zur Seite. Ist ganz geil. Aber ist das das Originale Subway Surfers? Weil das sieht ja von der Grafik mega geil aus, oder nicht? Wurde das mal überarbeitet? Kleiner Sprung. Au. Oh, 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 was ist... Oh. Alter, was machst du denn jetzt? Mach doch mal weg, Alter. Achso, er darf mich... Achso, ich... Ah, weil ich so... Ich mache so illegalen Kram, ne? Boah. Ist... Geht das unendlich weiter? Oder habe ich irgendwann das Level durchgespielt? Alter, was bist du denn? Wow. Junge, Pogo... Oh, okay, okay. Let's go, Junge. Also, ich möchte auch sagen, ich werde hier nicht irgendwie bezahlt oder so, dass ich das Spiel spiele. Ich hatte ja zum Beispiel letztens ein Placement zu Heyday. Hat auch super Spaß gemacht. Also, das geht jetzt nicht darum, dass ich sage, oh, das war super toll, weil ich, äh, Geld dafür bekommen habe, sondern... Oh, wow. Fuck, nein. Das ist aber echt toll. 100. Äh, sondern das war wirklich cool. Und es gibt ja von denen, ich glaube, die nennen sich Supercell. Die haben ja auch diese Clash of Clans, Clash Royale. Ich weiß, dass Trimax damit ja groß geworden ist. Der hat ja mit Clash of Clans angefangen. Belohnung abholen. Ah, neu... Oh, okay. Ich habe gar keine Ahnung, was hier abgeht, ne? Aber es wird schon gut sein. Das Gute ist, nicht, dass ihr die nächsten Tage auch ein bisschen verwirrt seid. Ich habe noch ein, zwei Videos auf Vorrat. Die werden dann separat zu den Handy-Games kommen. Ey, ich hoffe auch einfach, dass ich wieder Internet bekomme. Ich habe mich auch schon mit meinem Anbieter ab da angerufen, aber ach, Leute. Oh, Mann. Nee, ich habe jetzt auch gar keinen Bock auf Beef. Ich werde jetzt nicht sagen, bei welchem Anbieter ich bin. Zum Spielen, Tim. Ach so, jetzt hier. Ah, okay. Der ist aber auch übertrieben nah an einem dran. Okay, diesmal schaffe ich. Diesmal wäre ich der krasseste... Ah, jetzt springe ich, oder was? Oh, ja. Oh, und jetzt direkt hier rein. Obwohl, das hat mir das letzte Mal so ein bisschen das Genick gebrochen, ne? Oh, Alter, wie gehe ich ab? Bum, Junge. Ah, was geht ab? Zack. Wo sehe ich denn, ob der Polizist, ob der krass an mir dran ist? Also, wo ist denn da der Marker? Ich check's nicht. Aber klärt mich da gerne mal auf. Okay, da komme ich auf jeden Fall nicht hin. Guck mal, hier ist jetzt das R. Ja, aber was... Was bedeutet das? Ah, Party, Alter. Das war's für Paletto. Der macht die ganz fette Party hier. Nein! Ach, komm! Da hab ich gechokt. So, ich will jetzt nochmal... Komm, ey, ich muss... Ja, lassen Sie mich... Sir, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ist es überhaupt... Oh, was ist das denn jetzt? Was sind das für Boots? Kann man jemand sagen, was das für Boots sind? Oh, ja, hier runter. Okay, ich muss auf jeden Fall... Ich darf... Eher sollte ich probieren, safe zu spielen, ne? Weil, wenn du irgendwo gegenläufst, dann ist direkt... Dann ist direkt GG. Und ich hab's immer noch nicht gecheckt, was diese Boots gerade gemacht haben. Wenn ich irgendwo hier zum Beispiel gegenlaufe... Boom, weg. Direkt... Ja, da komme ich nicht hin. Schade. Wuh! Oh, nee, die kamen... Oh, ja, warte, aber das ist das Y. Ich hab die Party! Okay, und was bringt die Party? Okay, hier bleib ich erst mal ein bisschen... Irgendeine Mission hab ich abgeschlossen. Okay, hier ein bisschen in der Mitte. Wortjagd abgeschlossen. Okay. Oh, ja, da ist jetzt so ein Double Boost. Okay, sehr nice. Sprung. Sprung. Der Typ ist auf jeden Fall weit weg. Ja. Oh, ja. Und... Und... Was? Ich bin doch nach unten gegangen. Aber ich hab jetzt hier gut... Missionsreihe gut abgeschlossen. Gib mal hier... Oh, oh, was ist das? Zack, Alter. Punktzahlbooster. Ich hab 10.000... Ich hab 10.000 von diesen Coins. Blitzangebote. 4.500. Vorsprung. Ich weiß nicht, ob das... Was soll ich mir davon kaufen, Leute? Ich weiß das nicht. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches kaufen. Nachher mach ich mir da irgendwas kaputt. Du hast Post. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke, Alter. Ich hab noch heute gar nicht Geburtstag. Wunderbar. Oh, ja, guck mal. Fire mit. Das 5 Hoverboards. Vorsprung. Ja, aber wie benutze ich die ganzen Sachen? Mi. Wer ist... Ah, guck mal hier. Ja, obwohl... Den find ich eigentlich ganz cool. Kiste öffnen. Ah ja, Markenkiste. Ah ja, eine tolle Sprühdose. Ja, komm, ich will jetzt nochmal... Ah, guck mal, jetzt hab ich da links... Warum sind die Sachen jetzt nicht mehr da? Kann ich die gleich wieder aktivieren? Hä, die waren doch hier eben auf der... Auf der Seite. Muss ich da doppeltippen? Oh, was ist das denn jetzt? Ah, guck mal. Ich hab gedoppeltappt und jetzt bin ich auf so einem Hoverboard. Das ist ja schon ganz geil. Oh ja. Und nochmal ein... Was war so... Oh, da... Oh. Okay, das war knapp. Oh, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Zack. Schnell nach links. Hier nochmal rüber. Ah, guck mal. Da hab ich mit diesem einen Ding... Hab ich die immer so automatisch aufgesammelt. Oh ja. Ah, guck mal. Jetzt ist aber mein... Mein Hoverboard ist jetzt plötzlich wieder weg. Aber ich kann das nochmal wieder einfach spawnen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das klug ist. Vor allen Dingen weiß ich auch nicht, was es genau bringt. Aber ist egal. Ich hab... Oh ja. Ich hab jetzt aber hier nochmal irgendeine Mission abgeschlossen. Das finde ich sehr... Sehr nice. Einfach hier längs. Kleiner Job. Nein! Oh! Junge. Okay, 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 okay. Chillig. Hier wird es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen dirty. Links, unten. Rechts, Sprung. Oh. Da war ein Blitz. Unten, links, Sprung. Boah. Nein! Da bin ich zur Seite. Da kam plötzlich der Zug. Oh, aber neuer Highscore. War jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt kann ich nur noch meine Kiste öffnen. 1000 Münzen. Ja, sehr gut. 1000 Münzen. Missions. Ah ja, da krieg ich jetzt wieder Belohnung. Sehr gut. Oh, ne. Ich wollte gar nicht starten. Ich wollte wissen, ob es noch was... Was ist das? Oh Gott, was... Okay, okay. Let's go. Und damit habe ich jetzt plötzlich diese Stiefel. Jo, das hat... Das hat irgendwie... Das war wahrscheinlich ein Fehler. Aber ich wusste auch nicht, dass ich das dann hundertprozentig benutze. So, ich mache jetzt aber nochmal mein Hoverboard. Das finde ich eigentlich ganz chillig. Leute, schreibt mir mal bitte euren Rekord. Ihr habt bestimmt wieder so ganz geisteskranke Rekorde, oder? So mit 9 Millionen Punkten. Ja, was soll ich denn da... Oh, okay. Ist es normal, dass ich den einfach zerfetzen kann? Also, ich habe doch gerade... Eigentlich wäre ich... Oh. Wäre ich KO gewesen. Aber wahrscheinlich, weil ich das Ding hatte... Und dann bin ich gesprungen. Oder das schützt mich. Das kann natürlich... Auch sein... Dass mich das vor den Zügen dann schützt. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur... Komplett verwirrt. Hier oben ist man, finde ich, immer relativ safe. Oh, das hätte beinahe... Wäre das in die Hose gegangen. Ja. Kleiner Jump. Kleiner Jump. Oh ja. Oh, da gönnen wir uns. Oh, ho, ho. Ich sollte nach rechts. Runter. Ja. Runter. Oh Gott. Das macht mich fertig. Vor allen Dingen, da kommt doch jetzt gleich wieder was. Sprung. Oh ja, genau. Schnappt ihr die alle? Nochmal. Irgend so ein Superblitz. Aber ich nehme mir nochmal mein Hoverboard. Weil vielleicht, wenn ich jetzt gleich wieder missklicke, dann habe ich noch eine extra Superchance. Oh, jetzt gibt es mal zwei. Huh. Ja, 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 ja. Und jetzt erst der Sprung. Sehr gut. Da bin ich jetzt nicht... Oh, hier ist der Pogo. Oh, der Pogo-Stick. Und mal zwei. Let's go. Das ist bis dato, glaube ich, mein Rekord-Run. Das traue ich mich jetzt wieder nicht. Da bleibe ich mal lieber auf meiner Line. Nein. Hover. Sprung. Ich will mein... Ich will mein... Nein! Ich wollte doch mein Hover! Neuer Highscore. 9.470. Die meisten von euch lachen jetzt wahrscheinlich. Aber nun gut, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde von Subway Surfers. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr super gerne ein Like da lassen. In den nächsten Tagen kommen, wie gesagt, wahrscheinlich noch weitere Handy-Games. Kommen vielleicht noch Clash of Clans, Brawl Stars und so weiter. Schreibt mir gerne weitere Vorschläge auch in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da. Und das war's mit dem Video. Vielen Dank. Haut rein. Ciao, ciao!